Die Mezzosopranistin Jessica Gardani mit ihrem Kommentar zur Situation in Russland. Georg Kreislers Meine Freiheit, Deine Freiheit, begleitet von Jack Woodhead am Piano. Meine Freiheit muss nach lang nicht Deine Freiheit sein. Meine Freiheit ja, Deine Freiheit nein. Meine Freiheit wird von der Verfassung garantiert, Deiner hat bis jetzt nicht interessiert. Meine Freiheit heißt, dass ich Geschäfte machen kann und Deine Freiheit heißt, Du kriegst bei mir einen Posten. Und da Du meine Waren kaufen musst, stell' ich Dich bei mir an, dadurch verursacht Deine Freiheit keine Kosten. Und es bleibt dabei, dass meine Freiheit immer wieder meine Freiheit ist. Deine Freiheit bleibt meiner einverleibt und wenn ich meine Freiheit nicht hab', Du hast deine Freiheit nicht. Meine Freiheit wird dadurch zu Deiner Pflicht, darum sag' ich Dir verteid' ich meine Freiheit. Mit der Waffe in der Hand, mit den Waffen in den Händen Deiner Kinder, damit von Deinen Kindern keines bei der Arbeit je vergisst, was Freiheit ist. Meine Freiheit sei Dir immer oberstes Gebot, meine Freiheit bleibt treu bis in den Tod. Wenn das Dir nicht so logisch vorkommt, denk' an eines bloß, ohne meine Freiheit bist Du arbeitslos. Ja, Freiheit ist was anderes als Zügellosigkeit, Freiheit heißt doch Fleiß, Männlichkeit und Schweiß. Ich werd' Dir sagen, was ich heutzutage als freiheitlich empfinde, die Dinge zuzulassen, wie sie sind. Darum in jedem Fall ist meine Freiheit wichtiger als deine Freiheit je. Meine Freiheit, yes, deine Freiheit, nee, meine Freiheit ist schon ein paar hundert Jahre alt. Deine Freiheit kommt vielleicht schon bald, aber vorläufig ist nichts aus deiner Freiheitsambition. Du hast doch keine Macht und keine Organisation. Ich wäre ja dumm, wenn ich auf meine Freiheit dir zu lieb verzicht. Du behalte ich meine Freiheit, du bringst deine Freiheit nicht, noch nicht. Vielen Dank, Jessica Gardani und Jake Woodhead. Danke.